Gonzaga ist der Name einer nach der Burg Gonzaga bei Mantua benannten italienischen Fürstenfamilie. Diese stellte unter anderem in der Stadtkommune, später in der Maggrafschaft und schließlich im Herzogtum Mantua die führende Familie dar. Familiengeschichte Die Gonzaga sind mit Coradidi Gonzaga seit dem 12. Jahrhundert nachgewiesen. Sie regierten in Mantua von 1328 bis 1708 als Nachfolger der Familie Bonacolzi, die seit 1276 in Mantua an der Macht gewesen war. 1329 belehnte Kaiser Ludwig IV. Luigi Gonzaga mit dem Reichsvikariat Mantua. 1362 wurden sie zu Grafen erhoben. 1433 nahm Gianfrancesco Gonzaga den Titel eines Maggrafen und 1530 Federico II, den eines Herzogs von Mantua an. 1536 erhielt die Familie die Maggrafschaft Montferrat durch Heirat, 1539 die Grafschaft Guastalla durch Kauf, und erreichte damit den Höhepunkt ihrer politischen und kulturellen Bedeutung. Der Hauptstamm erlosch 1627, was den mantuanischen Erbfolgekrieg auslöste. Der Kaiser versuchte Mantua als erledigtes Reichslehn einzuziehen. Doch erhielt am Ende des Krieges der Herzog von Nevers und Retel aus einer jüngeren Linie der Gonzaga auch das Herzogtum Mantua. Erst der Ausgang des spanischen Erbfolgekriegs beendete die Auseinandersetzung im Sinne des Kaisers. Der Herzog von Mantua und Montferrat stellte sich auf die französische Seite, der Kaiser zog das Land ein. Die Nebenlinien der Gonzaga starben im 18. Jahrhundert aus. Die Fürsten von Bozzolo 1703, die Fürsten von Norvillara 1728, die Herzöge von Guastalla 1746, die Maggrafen von Lugarra 1794. Nur eine Seitenlinie der Fürsten von Vescovado Nachkommen von Giovanni Gonzaga besteht noch heute. Die Herrschaft Mantua, die Regenten Mantua aus der Familie Gonzaga waren, Luigi I, Guido, Luigi II, Francesco I, Gianfrancesco II, Federico II, Francesco III, Cuglielmo, Vincenzo I, Francesco IV, Fadinando, Vincenzo II. Das Herzogtum Mantua fiel anschließend an die jüngere Linie Gonzaga-Nevers, Carlo I, Herzog von Nevers und Rietel, Carlo III, Herzog von Nevers und Rietel bis 1659, Carlo IV. 1708 wurde Mantua in der Folge des Spanischen Erbfolgekrieges von den Habsburgern übernommen. Bis heute blüht noch eine Seitenlinie, die Gonzaga di Vescovato, jüngere Nachfahren des Gianfrancesco I, Gonzaga. Das Oberhaupt dieser Linie, Don Corrado Alessandro Marchese Gonzaga, Principe del Sacro Romano Impero, trägt den Fürstentitel des Heiligen Römischen Reichs sowie die Titel Marchese Gonzaga, Conte di Villanova, Conte di Casolnovo, Marchese del Vordais, Signore di Vescovato, Patricio Veneto, die Herzogtümer Nevers und Rietel. Die Herzogtümer Nevers und Rietel kamen durch die Ehe Luigi Gonzagas mit Henriette von Clive, der Tochter des Herzogs Franz I., von Nevers in die Familie. Die Regenten von Nevers und Rietel aus der Familie Gonzaga waren, Luigi, Carlo I, Francesco, Carlo II, Carlo III. Die Herzogtümer Nevers und Rietel wurden 1659 an den Kardinal Mazarin verkauft. Die Herrschaft Guastala, die Regenten Guastalas aus der Familie Gonzaga waren, Ferante I., Feldheld des Kaisers Kalder V., 1536 zu 1546, Vizekönig von Sizilien, 1546 zu 1555, Gouverneur von Mailand, Cesare I., Ferante II., Cesare II., Ferante III. Vincenzo, Antonio Ferante, Giuseppe Guastala fällt an die Habsburger und wird mit dem Herzogtum Parma und Piaenza vereinigt. Die Herrschaft Montferrat, die zum Herzogtum erhobene Maggrafschaft Montferrat kam 1533 durch die Ehe des Herzogs Federico II., von Mantua mit Margarete, der Tochter des Wilhelm XI., von Montferrat an die Gonzaga. Die Regenten Montferrats aus der Familie Gonzaga waren, Federico II., Francesco III., Cuglielmo, Wincenzo I., Francesco IV., Fadinando, Wincenzo II., Carlo I., Herzog von Nevers und Rietel, Carlo III., Herzog von Nevers und Rietel bis 1659, Carlo IV., Punkt. Montferrat fiel 1708 an Savoyen, weitere Gonzaga, Aloysius von Gonzaga, Jesuit 1726 heiliggesprochen, Schutzpatron der Stadt Mantua, Annibale Gonzaga, Kommandant der Stadt Wien, Feldmarschall und Hofkriegsratspräsident, Barbara Gonzaga durch ihre Ehe mit Eberhati, erste Herzogin von Württemberg, Camilo II., Gonzaga di Norvellera, Graf von Norvellera, Eleonora Gonzaga della Rovere durch ihre Ehe mit Francesco Maria I., della Rovere Herzogin von Orbino, Francesco Gonzaga cr., Sohn des Grafen Wincenzo I., Gonzaga sowie Bischof von Carriati Cerencia und Nulla, Francesco II., Gonzaga, Sohn des Grafen Ferante I., Gonzaga von Guastala und seit 1561 Kardinal, Giovanni Vincenzo Gonzaga, Sohn des Grafen Ferante I., Gonzaga von Guastala und seit 1578 Kardinal, Ludovico Gonzaga, Sohn des Markgrafen Luigi III., Gonzaga von Mantua und seit 1483 Bischof von Mantua, Luigi Valenti Gonzaga, Kardinal, Maurizio Ferante Gonzaga, italienischer General, Piero Gonzaga, Grafen Lodovico Gonzaga und seit 1528 Kardinal, Scipione Gonzaga, Sohn des Grafen Cesare I., Gonzaga von Guastala und Kardinal, Thomas Antonio Gonzaga, Pseudonym de Quir, portugiesisch-brasilianischer Lyriker, Vespasiano Gonzaga, Würdigungen und Nachbenennungen, Verschiedene katholische Institutionen sind nach Aloysius von Gonzaga benannt, Gonzaga University ist eine renommierte Privatuniversität in Spokane im Staate Washington, USA, Gonzaga College High School ist eine Jesuitenschule in Washington, die CUSA, Gonzaga ist auch der Name einer exklusiven Schule in Irland, die viele führende Politiker, Akademiker und Unternehmer des modernen Irland zu ihren ehemaligen Schülern zählt, die Gonzaga Fanfare, das klingende Wappen der Familie Gonzaga ist in der Eingangsmusik zu Claudio Monteverdis Marien Vesper, seiner Oper Luofio und als Erkennungsmelodie auf Radio Franz zu hören, für deinen Browser ist entweder die Nutzung von JavaScript deaktiviert oder er verfügt über keine unterstützte Abspielsoftware, Du kannst den Clip herunterladen oder eine Abspielsoftware herunterladen, um den Clip im Browser abspielen zu können, Punkt, siehe auch, Stammliste der Gonzaga, Stammliste der Gonzaga di Vesco Vato Marien Vesper Dave